Hallo zusammen und herzlich willkommen bei SchachmatTV. Wenn ihr auf der Suche nach wirklich lehrreichem Inhalt seid, dann seid ihr hier richtig. Ich zeige heute eine Partie von Botvinnik gegen Max Euwe und ist wirklich krass. Ich hoffe, die gefällt euch genauso gut wie mir und ihr seht ja auch die Schönheit darin. Es geht wieder ein bisschen um das Thema Verteidigung, es geht um die Isolani-Struktur. Ist einfach total spannend, vor allen Dingen auch Botvinnik mit Weiß ist natürlich auch eine Maschine. Also bleibt dran und abonniert das Video zum dritten Mal in Folge. Ich weiß auch nicht, was los ist. Abonniert den Kanal und liked das Video. Ich hoffe, ich habe es mir nicht angewöhnt. C4, C6. Das empfehle ich auch ab und zu. Also was heißt ab und zu, wenn es kommt, spiele ich hier meistens auf C4 auch C6. Was man machen kann, ist natürlich auch mit E5 einen umgedrehten Sizilianer zu spielen und mit C6 Alapin. Aber man kann ja auch direkt zuerst C6 und dann mit E5 spielen. Aber auf D4, was hier die meisten eigentlich spielen, zumindest bei mir, landet man mit D5 wieder im Slaven. Hier in der Partie kam jetzt E4, also auch eine lustige Zukunftstellung. Wir sind im Karokan mit C4, was meistens zum, also das ist jetzt der beschleunigte Parnoff-Angriff, führt nach D5, E-D5, C-D5 und D4 in den Parnoff-Angriff. Den habe ich auf diesem Kanal schon oft genug aus weißer Sicht gezeigt in Partien. Finde ich eine tolle Waffe, weil wenn man einmal Isolani-Strukturen verstanden hat, dann kann man die auch, kann man ganz viele Öffnungen spielen. Zum Beispiel auch eben den Parnoff-Angriff, aber auch Alapin oder die Tarasch-Verteidigung gibt genug. Und Springer F6. Das ist eigentlich ganz klassisch hier. Springer C3, Figuren entwickeln. Erstmal ganz wichtig, irgendwann tauschen sich meistens diese Bauern hier und dann bleibt Weiß eben mit einem Isolani-Bauern übrig. Was bedeutet, dass Weiß in diesen Strukturen nicht so viel Material tauschen sollte und schön auf Angriff gehen sollte. Entweder Königsangriff oder versuchen den Bauern noch eins vorzuschieben und dann mit guter Initiative aufzulösen mit dem Bauern, der auf E6 steht. Hört sich jetzt alles hochkompliziert an, aber ihr werdet sehen, was ich meine. Springer C6 und Läufer G5. Und Läufer G5 ist hier aktueller Hauptzug in diesem System. Man muss sagen, ganz, ganz, ganz objektiv gesehen sollte das hier grob ausgeglichen sein. Also Parnoff-Angriff ist nicht die Eröffnung, mit der man gegen eine Engine, die jetzt einen riesen Vorteil mitnehmen wird. Aber es ist eben eine Eröffnung, mit der man schön auf Sieg spielen kann, schön eine Struktur spielen kann, die man einfach nur verstehen muss. Und ja, es gibt viele Pläne. Also ich liebe die Eröffnung für Weiß. Auch wenn die Partie hier vielleicht jetzt was anderes zeigt, aber es kam E6, auch hier ein typischer Zug. Heutzutage ist moderner Läufer E6, also man muss sagen, die Partie hier ist von 1934. Aber es geht mir hier auch nicht um Eröffnungstheorie, sondern einfach um die Strategie und über auch taktische Elemente hier drin. Und ja, spring F3, normal weiterentwickeln. Und jetzt kam der Zug D schlägt C4. Also Schwarz löst das eben hier auf, die Spannung. Man kann auch erstmal hier Läufer E7 spielen und darauf hoffen, dass Weiß jetzt hier mal noch den Läufer zieht. Und erst dann nehmen, weil dann hätte man sozusagen noch ein Tempo gewonnen. Man muss aber auch sagen, wahrscheinlich hatte Max Euwe hier Angst vor dem Vorstoß C5, den zumindest die Engine empfiehlt und der auch Hauptvariante ist. Die Strukturen hier sind auch spannend. Haben halt einen ganz anderen Charakter und Schwarz wollte wahrscheinlich hier die Isolani-Stellung spielen, die er auch sehr gut verstanden hat, wie man gleich sieht. Also Läufer schlägt C4. Und ja, wir haben die Isolani-Stellung. Jetzt haben vielleicht manche von euch die Serie dazu gesehen, wie ich aber anhand der Klickzahlen weiß, nicht so viele. Deswegen fasse ich für euch einfach nochmal kurz zusammen. Das Schwächste am Isolani ist meistens das Feld davor, sprich D5. Und ein Plan für Schwarz könnte es sein, dieses Feld hier gut zu besetzen mit Figuren. Plan von Weiß ist es, entweder den Bauern vorzustoßen oder am Königsflügel anzugreifen. Weiß hat eine Schwäche im Endspiel, will also nicht abtauschen. Und bei dem Endspiel wird der Bau wirklich sehr schwach. Läufer E7, Hochade, Hochade, alles ganz natürliche Züge. Und hier ist der Hauptzug A3, möchte verhindern, dass der Springer nach B4 kommt. Frage, warum will der da hin? Ja, der will nämlich nach D5. Also angenommen, wir stellen sonst einen Springer auf D5, wird der rausgetauscht und wir schlagen mit dem Bauern zurück. Dann haben wir auch einen Isolani, aber wenn wir es schaffen, den Springer nach D5 zu stellen und es immer wieder Figuren zurückschlagen, ist jeder Tausch im Prinzip ein Schritt Richtung Endspiel, wo der Bauer dann sehr schlecht wird. Also mit jeder getauschten Figur verliert Weiß an Momentum für den Angriff. Hier kam Turm C1 und jetzt hat Schwarz A6 gespielt mit der Idee, hier auch Raum gewinnen. Läufer B5 und Läufer B7. Es kam Läufer D3, also Schwarz sieht das vorher, es ist prophylaktisches Schach, sorry, Weiß, sieht das vorher, steht den Läufer auf D3, wo er relativ stark ist. Frage, taktische Frage, kann man hier auf D4 nehmen? Nein, sollte man nicht. Es kam H6, warum nicht? Auf das Schlagen nimmt der Springer und jetzt können wir den nicht zurücknehmen, wegen Läufer H7 Schach und die Dame ist weg. Dieser Bauer auf D4 ist also indirekt durch die Dame gedeckt, ist ein Motiv, das am Anfang, kann das schon ab und zu zu Niederlagen führen oder wenn man es eben sieht, als Weißer zu siegen. H6 macht ein Tempo, also ist hier auch kommentiert von Kasparov, das kommt übrigens, also ich habe diese Idee für die Partie bekommen aus seiner fünfteiligen Büchereihe über seine Vorgänge und er hätte ja auch geschrieben, wie wir wissen, ist das ein sehr riskanter Zug, weil es eben diese Diagonale hier schwächt und im Prinzip, das steht jetzt hier glaube ich nicht drin, aber nochmal meine, meine Anführung, also dieser Bauer hier ist natürlich auch eine Schwäche, weil vielleicht kann Weiß irgendwann mal reinopfern oder hier tendenziell sogar noch Linien öffnen, aber hat natürlich den Vorteil, dass es mit Tempo kommt, der Läufer sich für eine Diagonale entscheiden muss und ja, jetzt ist er nach E3 gegangen, der ist also hier weg und ja, das wird von Kasparov als Fehler bezeichnet, die Engine sagt auch Läufer H4, lieber auf dieser Diagonale bleiben und ja, also die Stellung hier, die gibt es unter Supergroßmeistern, gab sie schon zum Beispiel Ding gegen Bei oder Rajabov gegen Bakro, Läufer E3 wird hier aber eher selten gespielt und ja, was ist jetzt hier ein guter schwarzer Zug? Ganz genau, habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, Springer B4 mit der Idee, den nach D5 zu stellen greift den Läufer an, kommt also mit Tempo, Läufer B1 und ja, jetzt hat schwarz hier B5 gespielt der Läufer, der hat eigentlich auf dieser Diagonale hier nichts zu suchen, also Läufer D7 wäre kein toller Zug und der will nämlich hier auf diese lange Diagonale, die längste Diagonale des Bretts von der er auch Kontrolle über das Feld D5 hier haben wird und jetzt kam Springer E5 das ist eigentlich ein Klassiker in so Isolani-Strukturen, dass man den Springer nach E5 stellt und so eine typische Idee ist es hier noch den Springer zu vertreiben und dann die Dame nach C2 zu stellen aber das Problem ist hier klassischerweise möchte man, wenn die Dame vor dem Läufer steht muss man noch irgendwie diesen Springer vertreiben, damit man auf H7 matt setzen kann und dafür will man dann einfach Läufer G5 und Läufer F6 spielen das wird hier aber niemals mehr funktionieren weil das Feld G5 jetzt durch diesen Zug H6 schon gedeckt ist deswegen hätte der Läufer vielleicht auf H4 gehen sollen aber jetzt kam Läufer B7 da mit D2, also zieht es nach D2 er macht vielleicht eher hier Druck auf H6 und ja kurze Frage, droht überhaupt irgendwas? also wenn wir jetzt zum Beispiel hier Turm B8 spielen funktioniert Läufer H6 dann oder nicht? ja, funktioniert ziemlich gut es ist eigentlich eine ziemlich üble Drohung Schlagen, Schlagen Dame schlägt und jetzt gibt es hier verschiedene Drohungen also wir machen nochmal einen leeren Zug um das zu zeigen nämlich Dame G5 Schach König zieht Dame H6 Schach zum Beispiel okay, dann hätte man das nicht unbedingt spielen sollen ich bin jetzt der Engine gefolgt, was die beste Variante ist aber Springer G5 das ist eigentlich der Zug der Springer kann nicht ziehen wegen Matt aber wir drohen den auch zu nehmen und hier in der Stellung kann man schon aufgeben das war es einfach und auch wenn man hier jetzt noch Turm B8 spielt reicht es auch nicht aus zum Beispiel Schach der König zieht und dann Läufer G6 also alles ziemlich krasse Züge aber müssen wir nicht unbedingt sehen wir sehen einfach dass es hier mit den Figuren schon viel zu krass ist und vielleicht kann auch noch ein Turm irgendwie rüberkommen also ist problematisch gegen dieses Opfer auf H6 hat sich jetzt hat sich Schwarz sehr schön verteidigt nämlich mit Turm E8 hat nämlich die Idee am Ende wenn das Opfer kommt Läufer F8 zu spielen das ist eine sehr schöne Verteidigung jetzt funktioniert es einfach nicht und Botwinik hat jetzt hier hier den Zug F4 gespielt das ist so ein Klassiker den hat Botwinik tatsächlich ziemlich oft gespielt also ich habe war früher im war im Jugendkader von Bayern und da haben wir auch solche Partien relativ viel angeschaut also klassische Partien auch Botwinik eben da gibt es ja auch dieses bekannte Botwinik Bauern-Dreieck und ja hier steht in den Kommentaren noch dass Tarasch immer so gescherzt hat dass der Zug immer 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 voreilig ist ja sieht toll aus will hier nicht mit F5 aufbrechen und ich verstehe warum weiß so energisch ist weil ich diese Strukturen selbst spiele die Solani-Strukturen wenn sich Schwarz gut verteidigt dann ist es manchmal ein bisschen nervig weil man kommt irgendwie nicht voran und ich glaube in der Praxis F4 ein sehr starker Zug um die Linie zu öffnen Max Euwe hat hier aber wirklich tolle Verteidigungsarbeit geleistet Springer BD5 der steht hier fantastisch das ist genau dieses Feld das ich meinte und jetzt seht ihr auch was ich meine wenn der Springer schlägt drückt der Nächste einfach nach oder also in dem Fall die Dame und auf einmal steht Schwarz ziemlich gut also vor F4 stand es ausgeglichen jetzt steht weiß mit klarem Vorteil da er hat nämlich die bessere Struktur und eigentlich auch die besseren Figuren weil die Dame und der Läufer sind jetzt ein bisschen durch den Bauern versperrt deswegen spielt weiß F5 und wie würdet ihr hier spielen? Läufer D6 kam und das ist wirklich brutal weil man jetzt hier also der Springer ist eigentlich alles was weiß hat das ist sozusagen das Goldstück der hat vielleicht vor irgendwann sich auch mal auf F7 zu opfern und jetzt wird der Springer hier einfach nicht erhalten bleiben zumindest nicht in der Form wurde geschlagen Turm schlägt und ja jetzt kann der Turm entweder ziehen oder in der Partie kam jetzt Läufer F5 greift nochmal den Turm an und Turm E7 wir ziehen einfach also ich werde jetzt hier nicht auf einzelne Varianten eingehen mir geht es einfach um dieses schöne Prinzip wie man hier gegen die Solarsignalgestellung gespielt hat und einfach sauber sich gegen die Initiative gewährt hat und also zur Initiative kommt übrigens bald auch ein ziemlich cooles Video habe ich schon vorbereitet aber noch nicht aufgenommen aber ich habe ziemlich gutes Material Turm E7 und ja in dieser Stellung hier ist es gar nicht so leicht es kam jetzt Läufer H3 aber so leicht ist es nicht hier irgendeinen guten Zug zu finden zum Beispiel also Springer F3 sieht vielleicht logisch aus schaltet aber einfach an Dame F5 auf Springer D3 was spielt man dann? Schwarzer Zug Taktik genau schlagen Dame kann nicht zurück nehmen wegen Matt also so leicht ist es für Weiß hier nicht Läufer H3 ähm kam jetzt hier um diesen Läufer hier aus der Schussbahn zu bringen den Turm ein bisschen zu aktivieren und jetzt nach Läufer E5 D schlägt E5 Dame E5 hat man im Bauern gewonnen also aber Weiß hat schon also Max Olver hat hier selbst nach der Partie gesagt dass Weiß hier selbst äh ein bisschen ein bisschen Kompensation hat ähm für den Bauern wegen wegen des Läuferpaars also wichtig zu verstehen dieses Läuferpaar ist wertvoll ähm aber konkret hier in der Stellung hat 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 Olver dann wirklich sehr sehr sauber den Vorteil verwertet ähm Läufer 4 kam und wahrscheinlich wäre es besser gewesen Läufer D4 zu spielen hier steht er auf der Diagonale irgendwie deutlich besser wahrscheinlich aber ähm ja also Olver hat selbst gesagt Turm D8 ähm und das finde ich eigentlich auch einen ziemlich guten Zug weil jetzt ist der Läufer gefesselt wenn er nehmen würde was wahrscheinlich Sinn macht kann man hier die Damen tauschen was mit einem Bauer mehr total Sinn macht aber hier gibt es halt schon noch äh so ein bisschen Remischancen zum Beispiel Läufer C3 ähm Turm D2 weil das Läuferpaar eben im Endspiel sehr stark ist aber ist für uns nicht so relevant Läufer F4 Dame D5 bietet wieder den Damen tausch an und hier ganz wichtig auch zu verstehen weiß kann hier einfach nicht den Damen tausch verhindern ähm weil weil die schwarzen Figuren viel zu viele gute Felder kontrollieren also zum Beispiel hier Dame F2 ähm Turm A8 und mit der Drohung hier Turm E2 weiß kann auch nicht den Abtausch mit Turm E1 anbieten den nimmt man einfach zweimal raus und am Ende ah sorry jetzt habe ich mich gleich verguckt ähm Springer E4 ok Springer E4 sieht auch ziemlich krass aus ähm aktiviert noch weiter und also wenn die Dame jetzt und also wenn die Dame jetzt Dame D4 liegt auch immer in der Luft und ähm jetzt sage ich auf Dame B6 kommt dann Springer G5 droht den Läufer zu nehmen und droht Matt und der Turm hängt nebenbei auch noch also wir drohen uns mit Läufer zu nehmen mit Schach und Matt Stellung ist ungefähr 10 Bauern besser für Schwarz also ganz ganz schwierige Stellung ähm Dame schlägt D5 Springer D5 und Läufer D2 so kam es in der Partie und jetzt hat Euwe hier ein Bauer mehr aber es ist noch keine gewonnene Stellung aber es ist schon mal wichtig zu sehen dieser Isolani der ist eine Schwäche und deswegen ist er jetzt auch gefallen und ja jetzt mit einem Bauer mehr hat er das auch wieder schön gemacht Turm E8 B3 Turm E2 ist noch nicht so schlimm wie es aussieht weil es gibt noch Turm F2 deswegen hat weiß das auch zugelassen und jetzt wieder ein cooler Zug könnt gerne mal schauen Springer F6 Drohung ähm tauschen und Springer E4 Schach und ab diesem Punkt hier ähm zeigt sich wirklich gut die schwarze Technik ähm Läufer Läufer A5 Turm E2 König F2 Springer E4 also absolute Aktivität der König muss wieder ziehen und Springer G5 und dieser Läufer hier ist ein echtes Problem ähm der ist nach D7 gezogen und wie spielt man jetzt mit mit Schwarz wo geht der Turm hin ja nach E7 ist ein gutes Feld weil es kommt mit Tempo also wir wollen wirklich schnell und energisch spielen und das ist wichtig zu sagen also es sah jetzt zwar alles aus als ob das so easy gewonnen wäre für Schwarz aber die Stellung hier ist nicht so leicht zu gewinnen weil ich meine man hat einen Bauer mehr aber das Läuferpaar macht hier schon Ärger ähm Turm E5 wieder mit Tempo ähm und jetzt kam Läufer B1 und das war wahrscheinlich ein schlimmer Fehler G4 sieht deutlich besser aus ähm jetzt kann man zwar G6 spielen aber zum Beispiel Läufer C8 und jetzt kann man den nicht so leicht nehmen wenn der König dann hochzieht kommt dann Läufer C3 mit der Fesselung also Läufer C8 könnte hier deutlich besser sein mit dem G6 provoziert außerdem hat man auch durch G4 Raum gewonnen also es ist schon ist schon eine harte Stellung aber also was heißt hart die ist jetzt deutlich vereinfacht aber es zählen kleine Genauigkeiten auf B1 ist es aber ähm also diese Diagonale ist vielleicht nicht so wertvoll Läufer E4 ähm Schwarz will den jetzt einfach tauschen äh dann hat Weiß auch kein Läuferpaar mehr tauscht lässt sich nicht verhindern Springer schlägt und jetzt hat man halt ähm zwei aktive Figuren und einen Bau am Meer Turm C6 und ja versucht mal hier noch einen guten Zug zu finden mhm Schach König zieht also nur kurz auf König E2 der sieht ja deutlich aktiver aus ähm aber Turm F2 ist halt auch ziemlich hart und auf König E3 oder wie auch immer er den Springer angreift gibt es den hier und der Läufer hängt deswegen ist der Turm nach E1 gegangen äh der König nach E1 gegangen und trotzdem Turm F2 und jetzt hat man hier den aktiven Turm das war natürlich auch wahrscheinlich der Grund weshalb E5 so abgetauscht hat A4 Turm G2 Turm A6 B schlägt A4 und ab hier ist die Stellung gewonnen man hat also einen Bauer mehr aber ein ganz wichtiger Bauer ähm der gegnerische König ist einge äh zwei Bauern der gegnerische König ist eingesperrt und hier also das ist wirklich eine Sache der Technik weil man kriegt den Bauern nicht so richtig durch ähm H3 der Schwarze ist ganz schön schnell der Schwarze Bauer Läufer G1 und Springer F6 sehr schöner Zug ähm der König zieht wichtig zu verstehen also zum Beispiel hier auf irgendein Turmzug ähm kann man opfern und wenn der Läufer nimmt dann läuft der hier durch mit H2 heißt also für Schwarze ist es hier gar nicht leicht um den Fortschritt zu machen deswegen kam so was wie König König D1 Springer G4 Turm E8 und jetzt ähm ups das war schnell aber jetzt ist hier nach H2 gewinnt man eben hier den H7 Bauern und mit zwei mit zwei Bauern mehr ist es dann wirklich sehr sehr leicht zu gewinnen das wird jeder von euch schaffen hier hat hier hat Weiß auch aufgegeben also Hammer Hammer Partie finde ich wirklich also warum ich die euch gezeigt habe weil ich einfach finde dass Schwarz hier absolut clean sauberes Schach gespielt hat genau so solltet ihr es auch machen also solltet ihr zumindest anstreben kein Risiko er hat diese Schwäche gebildet hat dann sehr sauber verteidigt auch der Zug H6 hier war mit Risiko aber hat gut funktioniert hat schön dieses Feld besetzt hat in Folge dessen also hier auch sauber verteidigt schau mal dieser Zug hier ähm Turm E8 war so wichtig hat genau dieses prophylaktisch gedacht Läufer H6 verhindert und dann ganz sauber runtergespielt wunderschön Bauer gewonnen dann auch sauber verwertet in dieser Stellung mit nur einem Bauer mehr gegen das Läufer paar wirklich coole Partie ich hoffe ihr habt viel gelernt ihr habt jetzt auch ein bisschen Lust bekommen so ganz sauberes Schach zu spielen und seid inspiriert lasst ein Abo da und like dieses Video und ich freue mich auf morgen wirklich schön euch hier zu haben und ich freue mich über eine Spende falls ihr Lust habt macht's gut ciao